Na? Nichts gut, dann... Hallo ihr Lieben! Hallo! Banana! Bei Professor Crazy. Ich bin Professor Doktor Doktor Crazy. Banana! Und das ist Mini. Banana! Mein kleiner Minion Helfer. Banana! Später! Banana! Später! So! Heute habe ich einen coolen Versuch dabei. Und zwar brauchen wir eigentlich nur das hier, Wasser. Und da ist ein weißes Pulver drin. Und wie wir an dieses Pulver kommen, das zeige ich euch jetzt. Banana? Aber? Ja? Banana! Und zwar brauchen wir noch das hier. Windeln! Windeln! Genau! Jetzt wartet ihr denken was wieder mit Windeln. Windeln! Aber ich bin so schlau! Schwein! Ich weiß was ich tue. Schere schneiden! Banana! 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 So! Handelsübliche Windeln sind das. Und da kommt was raus, wenn man da schüttelt. Und zwar ein kleines weißes Pulver. Und natürlich Zellstoff. Also wenn ihr wissen wollt, wie eine Windel von innen ausschaut. So. Zellstoff. Und eben dieses besagte Pulver. Das ist Sodium Polyacrylat Pulver. Banana helfen schneiden! Banana helfen schneiden! Banana helfen schneiden! Ja! Banana kann schneiden! Okay! Okay! Ja jetzt schütteln wir dieses Pulver hier raus. Oh! Banana! Guck Banana was können! Hä! Banana! Komm raus! Banana! Ha! Ja! Komm hier kommt noch Stoff raus. Ey, Banana... Ich will! Danke! Banana! Okay! Okay! Ei, he, 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 he! He, 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 he! So, dann... Oh, Banana? Banana, dreckig. Milly, dreckig. Baba? Gib Hausarrest. Ich muss mal wieder zum Friseur. Na? Nichts gut, dann... Da gibt es einen kleinen Trick, wie man das Pulver vom Zellstoff löst. Im Moment schaut es so aus. Einfach ein bisschen so machen. Und dann habt ihr den Zellstoff. Und übrig bleibt das Pulver, das Wichtige. Das weiße Gold... Genau weg, Milly. Sonst gibt es keine Bananas später. Oh, Banana. Leute, ich höre den ganzen Tag nur noch Banana. Nächstes Mal hole ich mir andere Helfer. Mein Freund, Banana? So, das schütten wir jetzt hier dazu. Ich verrate nicht, wie viele Windeln ich da schon platt machen musste. Dass ich so viel rausbekommen habe. So, und... Milly darf jetzt Wasser reinschütten. Und das da, Ratschlau. Na, nix das da. Alles? Genau. Top. Ich, Banana und... No, no, no. Banana. No, no, no. Professor, arbeite. Bananas besser kann. Professor, alles falsch machen. No, no, no. Da, Bananas auch. Bananas übernehmen. Auch rühren. Bananas essen. Nix essen. Trinken. So. Und ja, jetzt zeige ich euch, was passiert ist. Es ist Schnee geworden. Schnee. 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 Schnee geworden. Genau. Wir haben Schnee gemacht. Milly. Schnee. Ich zeige es euch mal. Was der große Professor Dr. Dr. Crazy gemacht hat. Schnee. Dr. Cocker. 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 Ich muss noch dependieren. Ich muss noch meinen Essen schlämmeln. Banana. was sagt ihr zu meinem experiment so schlau ich kann selber gar nicht glauben wie schlau ich bin wer macht schon aus wasser und windeln schnee habt ihr so was schon mal gesehen wasser und windeln ergibt so meine lieben das war's für dieses mal nächste woche kommt eine neue folge lasst euch überraschen jetzt war mal essen auf das warte ich doch jetzt gibt es bei nana nein nicht tschüss